Vitamin-Rakete Dies ist ganz einfach zu erklären. Hier ein Beispiel in Zeitlupe. Nachdem das Luftdicht verschlossen wurde, versucht die Luft nach außen hin auszuweichen. Aber da es keine Möglichkeit gibt, staut sich so lange Druck an, bis der Deckel endgültig abfliegt. Dies geht natürlich auch mit vielen anderen Sachen, wie zum Beispiel die Vitamindose oder auch Überraschungseiern. Das Fazit ist, aufgrund des Sprudelwassers und der Vitamin-C-Tablette entsteht Druck, weshalb der Deckel abfliegt.